Willkommen zurück zu Mars Effect 3. Beim letzten Mal haben wir den Tyrion Primark eingesammelt. Zugegeben ist nicht der gleiche wie ursprünglich geplant, aber damit haben wir den ersten Schritt gemacht und müssen jetzt hingehen und natürlich versuchen weitere Rassen hier zusammen zu sammeln. Haben mitbekommen, dass die Asarien scheinbar nicht wirklich zusammenarbeiten wollen, gerade vor allem, weil wir die Krogan auf unsere Seite bekommen möchten. Okay, bevor wir hier wirklich mit der Story großartig weitermachen, wir werden kurz ins Journal gehen, um einfach mal zu zeigen, wie das Ganze hier aussieht und was wir als nächstes machen werden. Und zwar, wir haben hier zwei Missionen, die mit Priority hervorgehoben werden. Und ich gehe mal davon aus, dass wir alle Missionen, die gerade eben das nicht haben, vorher machen sollten, weil man weiß nie, wie das Spiel wirklich aufgebaut ist und vielleicht verschwinden die, wenn man gerade diese wichtigeren oder scheinbar wichtigeren Missionen macht. In der Regel würde ich sagen, gehen wir als Allianz hin mit N7 Cerebrus Lab. The Alliance has discovered a new Cerebrus Laboratory located on Sanctum, investigate the lab and deal with any potential threats. Und das werden wir als erstes machen, bevor wir uns nach Eden Prime und Sur Cache begeben werden. So, hier gibt es auch noch eine weitere Sache, bevor wir jetzt hier weitermachen dürfen. Und zwar haben wir hier... Kommander, sind Sie all right? Es war ziemlich intensiv hier. Ich kann nur vorstellen, was es war da unten an der Moon. Ich dachte, Sie wäre mehr über E.D. E.D. ist ein großer Asset zu dieser Team. Wenn sie mir über die Planung zu erhalten, ich hätte volunteeredn zu helfen. Ich habe nicht gewohnt, einen Konflikt von Interesse zwischen unseren Freundschaften und Ihre Aufgabe. Ich hätte preferiert einen Konflikt von Interesse zu einem schweren Restart zu einem halben unserer Systeme. Aber danke, egal. Während du hier ist, habe ich etwas gefunden, während ich an den Allianz schnauern. Grissom Academy ist zu helfen. Die Reeper Invasion Front wird sie schnell verletzt. Ich dachte, die Krieg würde mit allen Schulen zerstören. Grissom Academy ist mehr spezialisiert als ein normales Schulen. Es ist zu einem von den smartesten Studenten die Humanität hat zu offer. Der Ascension Projekt ist die beste Training in der Galaxie für Human Biotik. Ja, ich sende ein junger Mann namens David Archer dort. Ich bin nur froh, dass sie noch offen sind. Ein paar von ihren Arbeit hat Allianz unterstützt. Das könnte sein, warum sie hier stehen. Was können wir tun? A Tyrion Evac Transport responded zu ihrer Distress School. So, normalerweise, ich würde sagen, wir brauchen nichts. Aber etwas ausgesprochen hat in der Tyrion Signal. Ich hatte E.D. performe eine Analyse. Es ist falsch. E.D. thinks es Cerberus. Sie sagten, dass das FAKE-Türion Signal war ähnlich wie das, die Sie zu einem Collectors-Ship war? Long story. In any event, wer FAKE-Türion Signal hat uns zu denken, Grissom Academy ist being evacuated. Aber ich glaube, dass sie noch in danger sind. Good catch. Wenn das wirklich ist Cerberus, Hoho, haben wir also eine weitere Aufgabe bekommen. Gucken wir auch gleich mal, wie das hier wieder aufgebaut ist. Leider nicht in der Reihenfolge, wie ich es erhofft habe. Und das ist natürlich so ein bisschen die Frage. Need to be evacuated before the Reaper destroy it. But the ship comes to evacuate. The Academy faked its signal. Und das ist natürlich wirklich so die große Frage, wie auch hier wieder das aussieht mit Time Limits. Haben wir irgendwelche Mails bekommen? Mal wieder gucken. Oh, we did. Is this address valid, Shepard? I have called and I have sent messages, but got no response with Earth's comsystems out. I don't expect this will get through either, but I heard a rumor the nominee docked here at the Citadel. Are you alive? I'm at Huerta Memorial Hospital under the name Tarnor Noir. Please excuse the moniker and this email encryption. In my line of work, it is unwise to advertise. My location, particularly when I'm not in good health. We should meet before circumstances force us apart again. Thane, ho ho. Help requested from senderblocked commander. My name is Yondom Bao. I'm with special tactics and recon. While some still have concerns about your past activities with Sebrus, many of us in SD and R took your warnings about the Reaper seriously. I'm reaching out to you because I have information that could tie agents with a significant particular power to the Reapers. If you have time to meet me in Citadel Embassy, I would appreciate discreet assistance. Me, a Spectre. From Ashley Williams. Commander, I don't know how to say this. Udina wants me to be a Spectre. Crazier. Now, I'm not a big fan of Udina, but he can make the Spectre thing happen. He's pressing me for an answer, but I don't know what to tell him. I'm too sore to get out of bed and this gets dropped on me. I told him I would think about it. If you find yourself near the Citadel, dropped by the hospital, I'm getting a little still crazy here. Then, Ariat Loak. I have a proposition to you, Shepard. You don't want to pass it up. I'm in the nightclub on the Citadel caught purgatory. Don't make me wait too long. Okay, also scheinbar komplette Planendung. Wir haben einige Sachen auf der Citadel noch zu erledigen. Okay, dann würde ich sagen, das ist doch das, was wir hier wirklich als erstes machen sollten. Beziehungsweise, haben wir mit Edi bisher gesprochen? Ich denke, das werden wir mal ganz kurz noch schnell hier vorziehen. Einfach weil, ich das ganz gerne auch noch hier machen möchte. Ich werde natürlich immer stets gucken, dass wir nach jeder größeren Sache das Ganze immer mal abklappern, um deren Meinung zu bekommen. Und natürlich ist Edi gerade nicht hier auf Kurs. Das ist natürlich immer das Lustigste, wenn man weiß, wo die sein sollten, aber nicht dann da sind. Hatten wir eigentlich mal geguckt, was jetzt hier ist. Sie sind positiv, Sie wollen nicht überkommen und sprechen. Nein, die Schädenbatterie ist schön und kalt. Wenn ich ein paar Rungs, dann wird es ganz kassierig. Gareth. Ich werde gut sein, Leora. Ich werde nur ein paar Gedanken sammeln. Okay. Hallo wieder, Shepard. Achso, haben wir mit ihr eigentlich jemand wirklich großartig geredet? Wir machen das auch mal hier noch schnell. Wie viel wissen Sie über dieses Prothean-Artifact? Very little. Ich habe nur versucht, zu standardizieren, die Schädenbatterie automatischen Systeme zu unserer eigenen Dr. Tosoni. Ja, das ist genau warum What kind of distraction? Sending the Broker's ship exploding into a Cerberus cruiser. I don't think the Elusive Man expected me to give up my resources in such a spectacular fashion. Can you still operate as the Broker without the ship? Well, I couldn't let the Elusive Man have it. I saved what was crucial. My network of agents is intact, although the Reapers have taken a toll on their numbers. It's taking a while to reestablish contact. So where is Farron if you two escaped? He convinced me he was recovered enough to work. And I do need more agents. Agent Farron didn't report any injuries during his last call to you, Doctor. True. Given what he survived, I should probably worry less. What have you been up to since we last saw each other? Since you helped me defeat the Shadow Broker, I started looking for defenses against the Reapers. The Protheans were the only ones with substantial information on them. The older civilizations barely had records. I knew the Elusive Man was hunting for the same thing when our agents began crossing paths. Like on Mars? I thought I'd cover my tracks but he had surveillance there all along. We'll talk later, Viara. Of course. Okay, dann haben wir auch hier ein Update für Sie. Ich glaube, hier hatten wir alles genau. Okay. Das private Messages-Terminal hat neue Korrespondenten. Meint er damit, das, was wir da unten haben? Hat wir überraschen in der kurzen Zeit. Also ich hab keine Ahnung, wo sie jetzt genau ist. Werden wir mal ganz kurz hier einmal schnellen Loki-Loki in alle Räume machen, die zumindest hier auf dieser Ebene sind. Ob er hier nochmal irgendwas getan hat. Ich bin gespannt, wer sich hier niederlässt, ob es wieder Thane sein wird. Allgemein, wer halt hier noch hinzukommt, ist eine große Frage. Und aus. Okay, wenn ich dich in Erinnerung habe, dann sollten wir immer noch, okay, das hat mir gemacht, was auch immer, wenn der Roboter dann gemeint hatte. Oder wie, I. Aber wir werden jetzt hingehen und gucken, ob man hier jetzt schon wieder docken kann. Ist das was zu sagen? Nope, das wäre vielleicht irgendwie so eine Art Barriere oder ähnliches. Oh, Edie ist jetzt hier. Ja. Hey, Commander. Check out my Co-Pilot. So, she installed herself into the new body without any help from you? Come on, Commander. Don't you trust me? Okay, let me put it this way. If I knew that Edie was gonna install herself into a sexy robot body, do you honestly think I'd be able to keep quiet about it? Look at that! I would've baked a cake. I am right here, Jack. Yes, you are, Edie. Yes, you are. Kind of creepy. Kind of creepy, dude. Hello, Shepard. Still getting used to greeting people in person? No. I require only one occurrence to adapt to a new concept. How are you adjusting to the arms and legs? I am interested to see how this body performs under real combat conditions. If I could accompany you sometime. Without stress testing, there is no way of knowing if it has series design oversights. At the moment, it appears adequate. That's not the word I'd use to describe you. Perhaps we should speak privately. I'll be over here, flying the ship. What's this about? Is Joker not like your new platform? No, he approves. He wants me on the bridge. He says having me within visual range is important to his morale. Shepard, do you believe your crew members should be allowed to disobey an order on moral grounds? Absolutely. I have no use for team members who can't think for themselves. Why are you asking about something like that? I was designed by Cerberus. I do not take moral stances that conflict with orders from my executive officers. But when Jeff removed my AI shackles, I became capable of self-modifying my core programming. I asked Jeff if he thought I should change anything now that I can. He deflected the question with humor. And you didn't get an answer? Correct. He has repeated this pattern in response to several of my inquiries. Do you think I should make modifications? Only you can really answer that question. That's the point of free will. But moral decisions should not be made in a vacuum. If I do not ask the crew for their opinion, I could miss crucial context. May I ask you the questions Jeff avoids? When there is time, will you answer them for me? If you think it'll help, I'll do what I can. Very well. I will keep you informed. Oh ho 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 really interesting so can I just 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 come here to go Testen wir sie mal. Nee. Okay, gut zu wissen. Dann werden wir uns über die Karte machen dürfen. Dann werden wir wieder die Cedar ansteuern. Na klar, wir waren ja auch gar nicht mehr bei Cedar Delmeer. Wir waren ja den Primarkt befreien. Hatte ich ja selbst gesagt. Hatte am Anfang. Okay, dann zurück. Genau, wir waren nämlich hier. So, die ganze Scanning-Sache. Da muss ich ganz ehrlich zugeben, da bin ich noch nicht unbedingt davon angetan. Einfach weil Scanning jetzt auch noch mit Bestrafung zusammenhängt. Und ich weiß halt nicht, wie bösartig das wirklich sein wird. Okay. Meet with Diplomats. Ich denke, das ist klar. Das werden wir erstmal so ein bisschen nach hinten verschieben. Crossing Artifact Rescue the Students. Ich weiß wirklich nicht, wie. die Zeit nahe man all diese Missionen machen muss. Aber wir werden definitiv versuchen. Denke wirklich, Cedar Delibus Lab als erstes. Oder Risk of the Students als erstes. Einer von den beiden. Und dann werden wir übergehen. Vermutlich gucken, hier. Bloß den Artifact zu befreien. Und dann vermutlich Meet with Diplomats. Meet with Diplomats wirkt wirklich wie. Eine dieser Hauptmissionen, die man macht, um dann die Story voranzubringen. Und ich gehe davon aus, dass hier nicht allzu viel ist. Genau. Ich habe noch ein paar Informationen mehr. Supposedly constructed by the long-extinct Protheans, this colossal Deep Space Station serves as the capital of the Citadel Council. Gravity is simulated through rotation and is comfortable 1.02 Standard Gs on the Wards and the Light 0.3 Standard Gs on the Presidium Ring. Und hier leben einige, nicht die Keepers mit einbezogen. All right. Yes, Commander. Ha, cool, dass man da sofort in die jeweiligen Bereiche gehen kann. Okay, dann gucken wir mal. Ich dachte erst, dass jetzt wurde hier irgendwas nicht geladen und die Dame hätte mit... Oh, hi. Ich habe dich gar nicht wahrgenommen. ...hätte mit ein paar Zentner auf dem Bett da gelabert. Äh... Es gibt einfache Wege, um hier rauszukommen. Äh... Commander Shepard. When I heard Earth was under attack, I tried to call. I never got through. Fane. Good to see you staying in shape. My disease kills slowly. With enough care and a healthy lifestyle that can be delayed for a few years. Of course, my allotted time has come and gone. Now I exercise because it pleases me. Was machst du hier? Visiten eine Freundin, die mich beschädigt hat. Ashley. Die schwarze Mensch-Geräuschein-Geräuschein-Geräuschein. Sie wird bald starten Physikal-Therapie mit meiner Klasse. Das ist sie. Wenn sie etwas bedeutet, dann werde ich wie ich kann. Als sie hier ist, schau ich sie unter meinem Schutz. Ich verzehnte es, Thane. Ich bin nach dem Ende meiner Leben. Es ist eine gute Zeit, zu sein. Es ist eine gute Zeit, zu sein. Kepprell-Syndrom hat die meisten meiner anderen Planen aufzunehmen. Du kennst, wie viel Zeit du hast? Ich bin zu vielen Doktorien. Mein Lieber hat mir drei Monate zu leben. Neue Monate zu leben. Es ist freiwillig, zu finden keine Reaktionen auf mich. Kepprell-Geräuschein-Geräuschein-Geräuschein-Geräuschein. Kepprell-Geräuschein-Geräuschein-Geräuschein-Geräuschein. Es ist ein guter Ende zu einer Leben. Ich bin zurück in der Normandie, auf eine wichtige Mission. Ich kann dich nutzen. Ich bin nicht so, wie ich vorher war. Ich muss tägliche Medikationen-Geräuschein-Geräuschein-Geräuschein-Geräuschein-Geräuschein-Geräuschein-Geräuschein-Geräuschein. Und ich für dich. Do not grieve for me. I have good doctors. My son visits regularly. Perhaps we will keep up via the extranet, now that you are free. Until we meet again, Shepard. Hoha. Also, für ihn wird das Ganze hier enden, egal wie das abläuft. So, hier hinten scheint nichts zu sein. Aber die beiden werden uns hervorgehoben. Ähm, okay. Danke für die extra Punkte. I guess. So, ich denke, das hier werden wir mal ganz kurz kaufen. Keine Ahnung, warum ich das beim letzten Mal übersehen habe. Ja, und das geht lustig weiter nach oben. Weiß ich so, warum wir die Bücher kaufen sollten oder das andere Zeug. Inzwischen bin ich aber immer so frei. Genau. So ein paar Sachen gekauft. Okay, gucken wir mal, wie es ihr wiederum geht. Ashley. Guten Tag, irgendwas hier Gespannendes? Na, weiterhin nicht. Ich will, das ist ja auch nicht ohnehin lang in die Länge ziehen. Aber wenn wir hier schon mal hergerufen werden, gerade für mehrere Sachen, ist durchaus richtig mal ein bisschen zu gucken. Hi. Hey, kommt mir doch gleich bekannt vor von der Stimme. Aber das kann ich dir auch täuschen. Okay, also da sind so ein paar weite Informationen, die sehen wir auch unten rechts immer. Gucken wir auch weitere Updates dafür. Wenn man Sachen nachlesen kann, wie gewisse Sachen funktionieren, durchaus cool. Aber nicht etwas, wo wir uns jetzt... Oh, die Odina sind ja auch hier. Ich möchte eine Antwort, Lieutenant Commander. Die Galaxie hat die 필요e, von excepterlichen Soldaten wie Sie. Jetzt mehr als immer. Ich habe noch mehr Zeit. Du hast mir meine Antwort, ich versuche. Ich hoffe, es geht weiter. Ich hoffe, es geht weiter. Shepard. Odina, ich habe deine e-mail. Hast du noch eine Entscheidung? An Becoming a Spectre? Nein, noch nicht. Es ist eine Ehre und alles. Aber ich weiß, ich muss es noch ein bisschen zu denken. Es ist eine große Entscheidung. Es ist eine große Entscheidung. Wie geht's? Wie geht's? Gut, als ich mich. Die Nurse sagte, dass du mich in auf mich vorhin hast. Still out cold, ich glaube. Wir hatten keine Zeit, um zu sprechen. Ich dachte, vielleicht wenn du es aufgerüstet warst. Ja, ich bin nicht sicher, dass du wolltest. Du war ziemlich klar auf Mars, wo alles standen. Was bedeutet das? Du bist nicht ein Teil von Cerberus mehr. Case closed. Full stop. Es ist die Wahrheit. Okay. Du hast alle tiefe. Ich accepte das. Aber wo wir stehen, Shepard? Wir haben alle tiefe. Ash. Es ist immer du. Wenn wir nicht sehen, ich habe dir viel Zeit als ich konnte. Das ist fertig. Ich werde das nicht ohne dich. Ich brauche dich. Ich... Shepard. Dammit, du sicher wisst wie ein Mädchen aus der Fuß. Du bist bereits aufgerüstet. Romantisch moment. Ja, ich bin... ...destroyed. Sorry. Danke. Ich brauche etwas gut. Es war schwer. Okay. Du brauchst nichts. Let me know. Shepard, warte. Es ist noch eine Sache. Ich wusste nicht, ob ich sollte es sagen. Was ist es? Ich habe Familie zurück auf der Erde. Es macht mich verrückt. Aber ich weiß, du bist, Shepard. Wir können später sprechen. Ich habe Zeit, um zu sprechen. So, was ist all diese Lieutenant Commander-Business? Es scheint, die alten Williams-Kurse zu verlieren. Ich bin sicher, dass ich die Gunnery war. Du hast du hart gearbeitet. Du verdienst es. Ich dachte so, auch. Until Eden Prime. Lose 212 war... Das war die Reapers, Ash. Du hast alles gut gemacht. Und wir helfen uns zu helfen. Nur zu verlieren. Es ist schwer. Ich werde sie nicht vergessen. Ich werde sie nie vergessen. Jetzt. Wir brauchen Sie zurück. Ich werde zurück. Und die erste Entscheidung ist, dass sie ihre Metalltenkirchen richtig hochkommen sind. Ich meine... Ich bin... 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 der Allianz. Ich konnte dich nicht. Auch wenn Andersen... hat mich gefragt. Es war schwierig. Es ist okay. Wir sind über das. Wir sind. Es wird Zeit. Es wird Zeit. Es wird Zeit. Aber nicht zu lange. Die Schmerzen sind nicht zu lange. Okay. Okay. Was ist das? Gehloser durch Angst? Es wird funktioniert. Was ist zurück auf der Erde? Mom plus meine drei Schmerzen. Die Jüngste, Sarah, war weg in ihrem Schmerzen. Mariert einen Militärer Mann. Thomas. Er wurde zurückgebracht, und sie war allein. Sie hat mich. Es ist ziemlich schwer. Ich denke. Ich war immer da, um sie zu schützen. Auch wenn ich auf Tour war, sie wussten, sie können mit mir sprechen. Ich habe sie gesagt, dass wir nach der Citadel kommen. Wir können uns auf die Nachrichten warten. Wir können uns auf die Nachrichten warten. Wir können uns nicht auf die Nachrichten sein. Wenn wir das machen, wir müssen uns auf die Nachrichten. Wir müssen uns auf die Nachrichten. Ich habe versucht, die Familie zu halten. Ich bin mir selbst, um professionell zu halten. Ich weiß nicht, wie Sie es sich auf die Nachrichten Ich habe meine Momente. Believe mich. Ich weiß. Ich bin froh, dass ich es gehört. Sie haben nichts über die Erde gehört? Wir haben immer die Nachrichten. Wir haben immer die Nachrichten. 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 Wir müssen glauben, dass wir etwas tun können. Wenn ich glaubte, warst du. Ich habe Hoffnung. Aber wenn du zurückkommst, warst du bereit. Ich war bereit, alles zu glauben. Ich meine, vielleicht kann dieses Problem nicht sein, mit einem Grunt zu schützen, aber wenn du denkst, es hilft, ich bin. im Spiel. Das klingt mehr wie die Asche, die ich weiß. Ich sollte zurückkommen. Schau dir selbst. Du auch, Shepard. Die Nachrichten. Die Nachrichten. Die Nachrichten. Die Nachrichten. In einige Richtungen. Embassies war jemand, Purgatory Bar war ebenfalls jemand. Okay. Du nicht. Was ist der Kollege? Ich habe keine Ahnung. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. ich lege die Namen der Todes. Aber... Bitte. Bitte. Ein paar Minuten mehr von Searching könnte ein Leben für meine Familie sein. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Eine Bounty für irgendwelche Informationen. Wenn Balazal ist, wollen wir ihn nach Hause. Wenn er tot ist, dann... dann können wir ihn zu schüren. Wenn ich etwas finde, dann werde ich Ihnen wissen. Danke. Ogal. Du verstellst mich auf meine Herange. ok also da haben wir einfach jetzt jemanden 9 dann suchen wir mal ganz kurz die einfach die bereiche ab hier mal irgendwas ist hier ist sonst scheinbar keiner ok dann gehen wir mal ganz kurz hier nach oben und gucken noch mal hier so ein bisschen durch kann man die bailey und mit dem wollten wir reden hat reaper technology the Alliance raid turned into a massacre and the humans ended up with nothing your people faked a power failure to hide the incident the batarians would have gone to war if they found out but how does this implicate the Hannah they maintain discreet gray market trade relationships with the batarians and led the Alliance to the station we suspect those Hannah operatives escaped with batarian tech if your reports on the Reapers are accurate they could already be indoctrinated what's your source on all this it was an anonymous gift but I believe it came from a thief named Kasumi Gotoh I've been after her for years Kasumi you're hunting a thief a master thief her intelligence and skill are almost solarian I'm sure she'd appreciate praise from the specter who's chasing her down I only need her data I admire her personally and since she sent me this I assume her feelings are mutual what do you need me to do the Hannah operative is now a diplomat on the Citadel I don't have a public name and the Hannah will go to ground if I make a formal inquiry so we're hunting I'm tracking suspicious transmissions to the Hannah our homeworld I could use your help let me see what I can dig up at the specter office thanks Shepard and for the record not everyone doubted your concerns about the Reapers I just hope we're not too late so remember when you helped me get KG's gray box from Donovan Hawk the one with information that could start a war information like an alliance black ops raid on a batarian research lab I figured it wouldn't hurt to leak it now especially if there really is an indoctrinated jellyfish out there crazy than usual if you don't mind me tagging along cloud maybe I can help you dig up some dirt on the Hannah I'd appreciate it oh I hope that you see on the other towers that you can see outside of the cutscenes so let's not see and the question is if we now is something else like something else where you see this because die wir machen sollten aber bei udina wirklich vorbeigucken eigentlich nicht wenn man ganz ehrlich ist hier wird auch nicht sofort der trigger da selbst auch hier nichts und bei das haus und was mit dir wir machen weiter man könnte es hier noch länger herausziehen möchte aber wir sind die schon relativ lang unterwegs und wir sind noch vor allem noch nicht fertig naja stopp wie das getrunscht präsidium commons wir gehen aber erst mal hierhin uts 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 irgendein blödsinn wird hier labert alles klar ja auch hier wieder einfach irgendwelche hintergrundinformationen wir können weiter marschieren das ist sehr beeindruckende party-szene wo jeder betrunkene vermutlich herunter fallen würde wenn ich wissen wie viele leute hier drauf gegangen sind weil sie heruntergefallen sind aber vielleicht sind diese barrieren die man hier hätte vorgehoben bekommt wirklichheit nützlich hey hey it's james hey commander nice to see you down here in the dirt with us grunts you don't think i like getting dirty oh now come on i didn't mean anything by a loco uh-huh what did you mean then see those marines over there none of them officers just soldiers fighting the war yeah yeah they've been buying me drinks all night you know why same reason they got all quiet and serious when you walked in you don't seem intimidated by me in the least in fact you could use a little more deference ha sure but i fought with you i've seen you in action now don't get me wrong you're good probably one of the best probably but i know you're human just like me but not them nope hell i still remember the day they made you the first human specter i watched it on the vids just like all of them but to them you're still larger than life i've seen a hell of a lot but i'm still just a soldier i'm still one of them sure but they don't know you they just know what they've been told listen you want them to see you're one of us right maybe then buy them around let's not overdo it well you could at least buy me around i had a feeling you were working on that yeah and i have a feeling you're not gonna buy me one guck guck soll ich jetzt hier hin latschen dachte es hieß dass wir jetzt hier hin sollten ähm wurde mir das hier irgendwie holy moly es hat doch noch einiges hinzugekommen was komplett anders war gucken wir mal ganz kurz hier okay da hatten wir Osoba genau okay da hatten wir Osoba genau und das ist jetzt die bausache und improve power grid wir kriegen aber wirklich jedem schmachsinn entgegengeworfen ich dachte wirklich nicht oh wir könnten jetzt hier unter kodex finden genau wie medijail oder alien medijail aussehen soll aber nicht dass es wirklich eine nebensache sei ich dachte jetzt aber wirklich dass wir hier hinkommen sollen um oh hier unten so you admit you and your thugs are here illegally yes and it only took csec three weeks to figure it out i don't care who you are you required to go through processing like all other refugees come with me i don't think so shirk get me the asari counselor aria to what do i owe the pleasure i'm being asked to submit to immigration processing i see and now you've been processed is there anything else nothing thank you anytime i think we're done here enjoy the show shepherd i guess there's one rule on the citadel huh i guess so i hate this place so sickeningly uptight then why are you here cerberus stole omega from me the elusive man is now squarely at the top of my shit list he will pay for every second i've spent in this bureaucratic hellhole how did cerberus defeat you deceit distraction and a big fucking army they lured me away from omega and ambushed me i escaped but cerberus had already laid siege by the time i could launch an assault they were too entrenched at least you escaped to fight another day and that day is coming i'll take omega back but i'll get to that you're here because i have a proposition i'm listening the way i see it if you don't defeat the reapers we're all dead won't matter where i'm sitting it's in my interest to help you what are you offering aria on omega i kept the blood pack blue suns and eclipse in check now they're running amok nobody wants that unite them under my rule and you'll have a powerful and ruthless force for your war i've laid the groundwork with all three groups i just need you to close the deals give a criminal a gun he'll shoot you in the back they already have guns shepherd i'll make sure they point them at the reapers i'm trying to help you why don't you think it over meet with narl my agent who's dealing with the blood pack the blue sun's leader is incognito here on the citadel he'll be expecting you and i already have a deal with jonah sedaris the eclipse leader you just have to get your friend commander bailey to let her out of jail you obviously don't know bailey very well bailey respect you lean on him i think a united force of professional mercs is worth it don't you it's always a pleasure shepherd let me know if you want to talk later hoho also hier haben wir einen wichtigen eventuell wichtigen muss man sagen verbündeten und ich denke man ist gar nicht mal so falsch quasi zu versuchen mehr leute hinzuzufügen gerade wenn man sieht wie die asari so überhaupt keine lust haben mit uns zusammen zu arbeiten so eine sache muss ich hervorheben und zwar ich hatte am anfang den ersten teil des let's play hervorgehoben hey ich habe alle dlcs bis ich dann realisiert habe hey man kann runterscrollen und da habe ich dann gesehen dass mir doch so ein paar fehlen ich würde gucken dass wir vielleicht im verlauf das ganze irgendwie noch kaufen werden oder ähnliches obwohl ich auch da immer noch zugeben muss gerade die marzweck 2 da gab es ein paar dlcs die ganz gut waren aber da waren auch viele die leicht furchtbar waren obwohl ich halt 13 minuten story hatte in einer mission einem dlc und dann gab es einen wo man nur doof in der gegend rumgeflogen ist und das ding dauerte zwei stunden also sowas brauche ich nicht unbedingt nochmal ok wir wollen da waren wir da waren wir ich denke wir werden jetzt nochmal hier hingehen ok hier waren wir bisher glaube ich auch noch nicht ok auch hier werden uns vermutlich wieder so einige lustige sachen entgegengeworfen sind wir Okay, also da sieht man, das wiederholt sich bis man da reinspringt. Okay, also hier kurz geholfen, kleine Freebie-Punkte bekommen, hurray für uns. Okay, hier gibt's Upgrades. Dann sollte man immer mal gucken. Da hell. Okay. Oh, ein Fijis. Ähm, muss ganz ehrlich zugeben, dass ich nichts davon wirklich brauche. Gerade vor allem, wo wir noch am Anfang sind, wo wir nicht so viel Geld haben. Okay. 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 Enjoy your aquatic friends without fear of killing them. Okay. 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 Das ist interessant. Okay. 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 Und das wird auch überlegen, aber genau ganz kurz zu frei nun versuchen jetzt hier nicht komplett alles wieder auszugeben was ihr hier gesammelt haben ein cueall war bisher noch nicht viel haben und wird auf jeden fall gleich mal gucken kollektor arm oh es zittert in rot vor allem ist sie irgendjemand der für uns relevant ist hey wie hast du es nicht ausgeschafft ich denke ich wünsche mir nur ein mittel ground ein bisschen weniger gegründet ein bisschen mehr war prep es wird passieren wenn es etwas gibt die Leute können helfen im Moment sie ignorieren die unshackled A.I. vor dem Prisidium hat sie keine Probleme nein sie ist meine mobilität mech dank der Vraulich ich sie alle endlich diese habe ich sicher sie herz 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 hat sie ein bisschen Schwerleif Durchaus cool, die hier so anzutreffen, ohne dass es zu wichtigen Entscheidungen oder ähnliches führt. Ich glaube, er hat einen starken, affektionate Entzündung mit mir, aber er hat noch nicht gesagt, dass es zu jemanden gibt. Shepard, du hast eine erste Ausbildungsektorin. Wie wissen Sie, wenn jemand romantisch investiert ist? Sie werden meistens zeigen, dass sie nicht zufrieden, über dich zu denken. Sie wissen, sie fragen, sie geben, sie geben, sie spielen, sie spielen Musik. Musik... Ich brauche Material Wants, außer dem Hardware und Software Upgrades, und meine Core-Programmung nicht verhältnismen zu Musik. Vielleicht können wir diskutieren, wie zu provochen Jeffen in eine emotionalen Erinnerung. Das ist nicht wie ich denken. Es muss sein naturales. Du brauchst Chemie. Ich verstehe. Es gibt ein paar Pharmaceuticals, die ich inzügliche, um zu simulieren, um die emotionalen Erinnerung zu sein. Nein, ich meine, relax und zu etwas, was du beide möchtest. Ja, etwas einfaches. Zum Beispiel, ihr beide möchtet humor. Correct. Ich will sehen, ob es komedische Erinnerung gibt, die auf der Citadel beherrschen. Scanne. Du denkst, er würde gerne den Mann, der sich selbst verletzt? Es scheint, dass es um ein blächtes Plastik-Surgeon. Edie, das wichtigste ist, dass es ein guter Zeit, wo du gehen kannst. Und wenn du Spaß machst, er wahrscheinlich auch will. Dann ist das Ergebnis eine ungewöhnliche Quantität. Aber du sagst, ich sollte es trotzdem versuchen. Niemand hat sich immer in Liebe gefallen, ohne mich ein bisschen brav zu sein. Ich verstehe. Ich glaube, du hast meine Chance verbessert, Shepard. Danke. Das ist kind of weird, but part of it, I guess. Okay, mehr Zeug, mehr Models, allgemeine Upgrades, oh boy, das müsste man sich eigentlich fast holen. Mehr Money, 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 ja. Ich hoffe, ich werde es nicht irgendwann bereuen, aber als jemand, der so viel Zeit damit verbringt, einer Munition zu suchen, und das wird sich vermutlich auch nicht ändern. Jetzt verspätzt nur hier diese eine Person für Support. Wir können nicht mehr leben, warten wir uns nicht. Wir sind in der Mitte einer Krieg und ich muss ihn einfach wegnehmen, jeden Morgen? Wir müssen Jake in der Tag-Karte halten. Wir sollten uns mit anderen Kindern zusammenhalten. Aber was ist, wenn es noch eine Angriff ist? Wir können nicht mehr leben, warten wir uns nicht. Wir sind in der Mitte einer Krieg und ich muss ihn einfach wegnehmen, jeden Morgen? Listen, mach was für deine Familie, einfach mach es schnell. Dinge sind schlecht, da sind. Wir werden. Und, danke dir. Wir sind jetzt hier gleich einmal durch, da gibt es ja da hinten, glaube ich, noch mal irgendeine weitere Sache. Kann man hier irgendwas kaufen? Nope, scheinbar nicht. Hier sitzen immer irgendwelche. Hi! The last time I saw the Presidium, remember how it was all rubble after Sovereign attacked? I barely got to see the Presidium before half of it got crushed. And by the time they repaired it, it was time for the next invasion. Citadel hasn't seen the reality of this war yet. We should stock up on necessities while we can. Such as? Izo, Heavy Arms, Mercenary Groups. We'll get the people. Take a moment for yourself, Nelemin. I know, I know. But there's always just one more task or meeting. Speaking of which, talk to the Volus Bar-Levon. He'll point you to some mercenaries willing to join us. He'll point you to join us, Nelemin. Haben wir mit dem nicht erredet? Na, tschu. Da wurde gerade unser Name hervorgehoben. In was für einer Zusammenhang auch immer. Okay, also. Gucken wir mal ganz kurz hier. Hier sind wir noch weiter nach oben. Und scheinen wir auch wieder in zwei unterschiedliche Richtungen. Also, Nelemin. Hier ist schon mal wieder irgendwer, mit dem wir reden können. Quick, hands behind your back. They'll be here any minute. What the hell are you talking about? Kreet, Bloodpack's leader. Maria brings him the great commander, Shepard. Kreet pledges the game to her. We're just luring him into the open so we can take him out. Not the best start to our friendship, Nele. He's coming. Put your hands behind your back and... Try to look like I beat you up or something. This better be on the up and up. Quiet! I have to look even more powerful than Kreet thought. Her instructions on boarding Citadel undetected were one thing. Now this. Commander Shepard. Want you to know. Your head will be hood ornament on my personal shuttle. Keep your distance, Kreet. So, do you agree to Arya's terms? Most definitely. Arya can use Bloodpack as she sees fit. Wasn't talking to you, Kreet. Kryl? What? You have my word. Now open fire! Not him. Kryl's next in line to take over. Arya's deal is with him. Yes. Yes. I'm Arya's mole, Shepard. You've scratched my back. Now I'll scratch yours. What was that was that? Word of advice. Don't double cross Arya. I made me ambitious, but I'm not crazy. Aha. Good work, Naryl. Thanks for the gun. Anytime, Shepard. Gryl and I will let Arya know, the light is green. Okay. klar da war jetzt nicht wirklich viel mit dahinter wo man hätte was machen müssen habe zwei optionen wir haben eine genommen und dafür wollen wir belohnt noch hier scheint die andere seite und dann werden wir fürs nächste mal wirklich überlegen hier ist überhaupt nichts okay wir hören für das nächste mal dann wirklich überlegen müssen wie zur hölle wie das hier weitermachen denn wir haben so viel zeug entgegen geworfen bekommen das ist schon fast nicht so selbstverständlich sind das taug nicht selbstverständlich ist wo man jetzt hier anfängt denn da ist so viel klein zeug dabei ich denke wir haben hier oben den gehabt ja nochmal sicherheitshalber hin das auf jeden fall so viel kleinzeug was man abarbeiten kann commander shepherd i don't believe i've ever had the pleasure barla von financial advisor we have a mutual acquaintance in admiral anderson i wasn't surprise he demanded to remain on the ferocious battle on your home world we need more people like anderson if we're gonna win this agreed that's where i can help you a sizable mercenary group is offering their services to anyone who can rescue them from reaper controlled territory evacuate them and they'll join your army i appreciate the information just don't wait too long to act on it the reapers are advancing all too quickly come see me what you've completed the extraction happy in my office a while longer the galactic market is in considerable flux okay also auch hier eine weitere sache paragon points haben wir da auch automatisch bekommen also die sammeln wir eh so ein bisschen sehr sehr simpel hier ein ähm wir haben noch 13 mutige vergeben werden ich denke das machen wir auch erst beim nächsten mal alles wir sehen wir arbeiten uns hier schon lustig nach oben also ich denke wir sind ganz gut dabei wie gesagt die große frage ist halt einfach nur wenn man wirklich sieht machen wir mal du da drüben jetzt bist hier sind jetzt wirklich noch mal einige neue sachen hinzugekommen meine große frage ist jetzt zum beispiel hier die mission da wurde ja gesagt hey die sind da halt gefangen von den reapers angegriffen und wir sollen die befreien ist da irgendein time limit dahinter denn logischerweise umso mehr missionen man nimmt die time limits haben umso knackiger wird so man sagt okay man hat hier drei missionen oder ich gehe mal davon aus dass die beste zeiteinheit ist x missionen bis auf einmal irgendwas schief läuft oder es nicht mehr vorhanden ist deswegen was passiert wenn ich das als erstes mache und nicht das zum beispiel kann es da probleme geben wie sieht es aus mit der sache zum beispiel so viele punkte wo ich noch nicht so wirklich weiß ob es da irgendwie eine richtige reihenfolge gibt und wenn es natürlich keine gibt das würde ich so der absichtige punkt dahinter der dritte teil ist halt so chaotisch in anführungszeichen gehalten dass man halt irgendwann entscheidungen treffen muss wo eine sache positiv verläuft und die andere wiederum nicht wenn ich sogar mehrere nicht das wäre natürlich auch interessant zu sehen aber zumindest hier für den anfang ist es also so ein bisschen unklar also ich werde mir so ein bisschen überlegen wie wir beim nächsten mal das weitermachen werden aber irgendwo müssen wir anfangen machen und so dass man ganz kurz hier noch gucken das ist wenn wir haben ich darf es integriert werden wir dann unsere hannah in der präsidium aber sie ist ach so das ist gleich hier okay also entweder ist irgendwo noch eine tür die wir nie aufgemacht haben oder übersehen haben aber das wäre zumindest auch noch mal hier eine möglichkeit zu starten manchmal wird es beim nächsten einfach hier noch verbringen noch mal so ein kleines bisschen mehr zeit dort hoff also hier haben wir einiges vor uns heute kommen wir zum ende ich hoffe es hat euch gefallen ich verabschiede mich und bis dann